so wir sind im spiel 2 im finale ich glaube mein erstes in dieser season ich bin richtig glücklich darüber wir haben das erste gewonnen ich weiß gar nicht ob er den eben schon hatte jetzt hat sich wieder ein bisschen verbessert also mit dem bekleckern tun wir uns aber auch hier alle nicht in diesem finale meiner meinung nach so so Das war cool gemacht. Oh, oh. Schön. Schön. Auch gut angenommen. Lol. Und jetzt weiß ich nicht, warum er wieder da stand. Gut, das... Gut, er hätte vielleicht nicht... Warum? Da bin ich jetzt echt ein bisschen sauer, muss ich sagen. Ja, Mann. Spiel einfach. Ihr habt die Chance auf das 2-0. Auch wenn es aus der Position ziemlich schwierig gewirkt worden wäre für ihn. Und dann der Ausgleich. Der unnötig war. Okay. Ich habe die Chance auf das 3-0. Wie ist es? Wie ist es? 5. Ah. Zwei Minuten. Ich habe da zwar lieber eine Zwei-Tore-Führung, aber gut, ist jetzt halt so. Nein! Ah! Nee, schade. Und zwei und zwei. Kacke. Puh. Keine Chance. Nee. Nein! Wer der zum Anschluss zu einiger... Äh, Mist. Der wahrscheinlich... Wow! Okay, jetzt liegen wir hinten. Diese Situation hatten wir gegen die noch nicht. Schönes Ding. Schön ausgleich. Nichts. Puh. Aber ausgleichen eine Schussbilanz, ne? Ich habe keinen Boost. Nein! Nein! Was ist noch nicht möglich? Ich habe keinen Bock, Schuss. Nein! ta. Entschuldigung. Kannst du her? Kannst du dir hin? Das ist noch nicht anahein. Sie habe ihn. Das ist schon gut. Er hat mich nicht anahein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. sondern ein bisschen mehr. Ich bin. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh Gott, oh Gott, ne. Doofast! Nein! Oh, fuck, Alter, nein. Das ist mein Finale, ey. Oh Mann, ich will das nicht mehr verlieren noch. Das darf nicht passieren. Scheiße. Ich meine, wir haben 2-0 geführt. Lange dann 2-3 zurück, sind noch auf das 3-3 gekommen und... Oh, nee. Und... Ah, schön gehalten. Oh, oh. Ey, das ist mir zu heiß, mein Freund. Warum ist er denn jetzt weggezogen? Ach, scheiße. Das ist mir zu heiß, mein Freund. Nein! Richtig hibbelig, muss ich sagen. Adrenalin pur, warte. Ja, Mann. Okay. Naja, so prall war der Schiss tatsächlich nicht. Oh, schade. Schöner Ver... Oder, oder, oder? Mh. Ich vergesse nun, wo Parade ist. Oh, auf den linken Button. War das eben eigentlich Wasser, oder? War das da so... Oh, kacke. Oh, kacke. Puh. Nice. Na gut. Der wär so oder so drin gewesen. Nein. Nein. Oh, jejeje. Nein! Oh, kacke. Nein! Wie er verdächtigt. Warum sagt er das immer? Deine Chance, Kanda. Puh, gleich wieder den alten Abstand herstellt. Eine Minute noch. Okay, okay, okay. Guter Versuch. Das müsste es gewesen sein. 28 Sekunden. Drei Tore Vorsprung. Okay. Nice! Alter, geil! Es ist zwar diesmal nur ein Platin-Tunnel, aber scheiß drauf. Ich freue mich so derbe darüber. Wahnsinn. Nein! Alter, das ist jetzt ziemlich eindeutig. Da muss man auch sagen, der passt zwar gut. Und schon abgedrängt. Alter. Geile Scheiße. Turniersieger. Wow. Geil. Wir bleiben zwar beim Platin-Turnier-Rang. Aber egal. Ich freue mich gerade derbe. Danke an meinen Kumpanen hier. Und wir sehen uns. Bei einer anderen Folge immer wieder. Wo sind wir eigentlich momentan? Das hat gar nicht gezählt dazu. Verdammte Kacke. Gut. Spitze bedanke mich. Bis denn her.